Musik Ich stehe hier mit Wotan Wilke Möhring. Sie sind Schauspieler und Musiker, ist das richtig? Ja, Musiker schon lange nicht mehr. Ich habe früher Musik gemacht, jetzt nur noch Schauspiel. Okay, es ist ganz schön kalt heute, nicht wahr? Ja, aber es ist typisches Berlinale Wetter, also da gehört es nichts, dass es kalt ist und glücklich kein Schnee. Sind Sie jedes Jahr hier und nehmen teil? Nein, letztes Jahr habe ich zum Beispiel eine Pause gemacht, dieses Jahr bin ich nur das erste Wochenende da. Da geht es dann darum, alle zu treffen und das erste Wochenende reicht mir. Am Dienstag bin ich beim Champions-League-Spiel in Lissabon. Was erwarten Sie von dem Film? Von dem Öffnungsfilm? Ja, ich bin jetzt Django rein, also mit der Musik gar nicht so, mir ist das gar nicht so bewusst. Deswegen freue ich mich, dass ich da so, der ist ja nicht Star gespickt oder so. Also deswegen freue ich mich auf so einen Film, von dem ich gar keine großen Erwartungen habe, weil ich den gar nicht so richtig kenne und freue mich auf den Inhalt. Dankeschön, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Film und... Ich euch auch, viel Spaß. Dankeschön, ab noch, tschüss. Dag dass für mich kurz Untertitel Untertitel Ver. Claudia U Dra